Peru News heute alles, was sie über Peru wissen müssen. In San Juan de Lurigenschau wurden zwei Schulkinder verhaftet, weil sie Schusswaffen in ihren Rucksäcken hatten. Beide Schulkinder wurden zur Polizeistation Caya de Agua in San Juan de Lurigenschau gebracht. Sie wurden jedoch freigelassen und Ugel 05 wies die Schule an, die Minderjährigen wieder aufzunehmen, damit sie weiter lernen können, was bei den Eltern der anderen Schüler für Unbehagen sorgte. Die Behörden der Bildungseinrichtung FEY Allegria in San Juan de Lurigenschau fanden während der Aktivitäten zum Lehrertag am vergangenen Freitag Schusswaffen in den Rucksäcken zweier Schüler. Dies hat bei den Eltern wegen der damit verbundenen Gefahr Anlass zur Sorge gegeben. Für die entsprechenden Ermittlungen wurden beide Minderjährigen zur Polizeistation Caya de Agua gebracht. Die Polizei stellte außerdem fest, dass die Schulkinder geladene Waffen sowie sechs IC-Karten zu ihren Sachen gehörten. Die Bildungseinrichtung FEY Allegria gab am Montag eine Erklärung heraus, in der sie mitteilte, dass die beiden Schulkinder freigelassen wurden und Ugel 05 ihnen trotz allem befohlen hat, die Minderjährigen wieder in die Schule aufzunehmen, damit sie ihr Studium fortsetzen können. Nach dem Prozess, der am Wochenende von diesen Instanzen durchgeführt wurde, teilen uns die Familien dieser Studenten mit, dass sie ohne Strafe freigelassen wurden. Wir warten auf das offizielle Dokument dieser Instanz. In der Zwischenzeit hat uns Ugel 05 mitgeteilt, dass sie dringend dazu aufgefordert hat. Wir bitten darum, diese Schüler in unsere IE aufzunehmen. Wir bitten um Verständnis und Respekt für die genannten Vorschriften, zu deren Einhaltung wir verpflichtet sind, heißt es in der Erklärung der Schule. Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram. UNFM 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 Vielen Dank.